ich gehe runter ja ja jetzt ist hier ein würfel ja aber mir ist der verschwunden oder lag der auf der anderen seite eben das spawnte einfach nicht automatisch das spawnte kein neuer der mechanismus vom spawnen war kaputt ja kommst du ah wow fuck turrets jeder durch okay jetzt macht er irgendwas gehen wir runter das macht das ja ich glaube nicht dass die gut sind für mich aber wenn die momenten blöde turett wagen sich nicht anzuschießen gut das ist nicht sehr gesund aus nein geht es nicht nein 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 ich habe es überlebt ich weiß nicht wie aber ich habe es geschafft ich auch den nehme ich mal danke sehr okay nimm den laser y direction q hallo hallo auch ich habe die macht auch wenn sie genau die brauchen wir auch au hallo die kugel der war au au bist du blöd wofür brauche ich den die turist ist ja kein laserteil hallo scheiß wie ja lass das mal so ja ja wuhu 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 hier oben ist ein schalter und irgendwas anderes also einer von uns muss doch drüben da wo die turist ist die sei jetzt weg die ist ja anscheinend runtergefallen ne die hab ich kaputt gemacht mit dem laser achso ok ja das sehe ich ja nicht warte ich fick dich jetzt mal rüber fick mich rüber ja genau dann jump mal ok das war irgendwie logisch ähm das war sehr gut ja ich hab keine ahnung hör auf rum zu tanzen warte ok hier kann man nicht durchschießen warte ja nimm mal die kugel ja ich fahr dich hoch ok so rauf und runter ich geh die treppe rauf und geh die treppe runter jetzt spring mal rüber dahin ja und jetzt ist da jetzt irgendwas weg nein da ist aber eine brücke aber ich hab immer noch das ding zwischen mir und dem würfel und der wird zerstört dann warte mal mach das nochmal was du gerade gemacht hast guck hier ja ja du musst was machst du ich bin da endlich mal auf die plattform oben aber ich hab keinen würfel bleib erstmal da ja moment ich geh über die brücke und aktiviere dann das punkt das ding ok stimmt ich hab ganz vergessen dass man die teile mit dem laser aktiviert was genau hab ich jetzt hier oben gemacht ich werf mich mal rüber nach hoch und du holst den würfel äh die die kugel nein ich werf die kugel ich mach die kugel kaputt ah ja und geschafft ist das auf timer aber was ist auf timer oben irgendwas ah da oben ich hab was ja und zwar das hier so dann so einen moment i'm on my way man bleib schön da drauf äh stehen denn ich hab eine Tourette hier stehen au das hat weh und jetzt wirst du sterben das war cool moment so das so und äh moment das ist der Frau of time ey so ach ja das geht ja kaputt wenn man da durch geht ähm wir müssen mit dem ding jetzt auf die andere seite rüber irgendwie du musst das hier deaktivieren ich brauch den laser redirect cube den laser würfel oder ja ja warte naja warte ich warte das ist seriös work hier hallo hallo äh ja ok wir brauchen jetzt die kugel ähm wirf die kugel rein und komm mit der kugel und nach hier unten so was war das da ist gerade Tourette vorbeigeflogen so warte ich geh jetzt nach unten ich will die Tourette hier haben jetzt mach ich das hier und ich bin eingesperrt so du bist eingesperrt ich war eingesperrt hier ist ein schalter den wir abzahlen müssen ok 3 2 wo bist du überhaupt auf der anderen seite achso wir müssen abteilen 3 2 1 drücken ok da ging gerade irgendwas nach vorne ich glaube das hier war nicht auf Aktivierung des Stuhls im Batzen oh guck mal hier ja 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 runter 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 weg 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 ja ich bin weg ich kann das nicht mehr runter machen ey wir haben da unten nen Würfel ich weiß den hab ich auch geholt oh warte ich mach das Ding nochmal warte wir brauchen die kugel von da unten ich hole sie ich hole sie achso ich verstehe ja du musst jetzt die kugel von da holen glaub ich glaub ich oder ja ne guck mal hier oben du musst wieder nach oben kommen ist da irgendwo ne Plattform ja und zwar auch da oben so ne Überführung die wir nicht gesehen haben ich weiß gar nicht wie ich hier rauskomme ich hab die kugel weggekickt komm wieder du musst den Knopf drücken nein warte es geht gerade sehr viel sehr viel technisches denken um sehr viel weniger schwachsinn als sonst wir brauchen die Dreckskugel nicht komm rüber ich will die Dreckskugel aber ok dann bring die Dreckskugel mit kannst du nicht den Knopf drücken und dann funktioniert das nein hast du gerade einen Bug ausgenutzt ja deswegen ja ein guter Mann ich vertreib mir währenddessen die Zeit ich glaub ich hab das jetzt gerade alles kaputt gemacht du hast gar nichts kaputt gemacht warte mal ich weiß mal nicht wie ich hochkommen soll wo ist die Kugel nochmal unten ne nein die Kugel die hast du mir gerade hochgebracht ist die Kugel bei dir oben? ja die Kugel ist oben wie hab ich das denn jetzt hinbekommen keine Ahnung die war auf einmal hier vorne und wie komm ich jetzt auch ich hab keine Ahnung wegen dir muss ich jetzt wieder ganz da unten oder was guck jetzt war in die Mitte des Raumes hallo du bist tot ich komm jetzt so hallo da oben das ist ein Laser der tut weh aber es war daran nicht so schwer nein warte bleib da bleib da ja wirklich du musst doch mal da ganz du musst hoch du musst hoch du musst mit der Säule hoch oh und dann vor dem Portal warten ei weee oh mein Gott mir wird schwindelig das war mir schon bedrückt deswegen können wir das nicht nochmal machen ich weiß gar nicht wir kommen gar nicht mehr hoch du bist ein Idiot alles so wegen dir ich hab alles kaputt geglitscht ich glaube wir müssen das Level neu starten weil wir die scheiß Kugel nicht hier unten haben deswegen vor allem die Kugel war auf einmal weg du hast die Kugel und die Kugel liegt oben ja ja und du Alter wir machen ein Level neu start ich hab keinen Bock auf alles nochmal neu start das nehm ich aber nicht alles auf so und dieses mal verkacken wir nicht tschüss ich brauch dich nicht ich brauch dich nicht oh Gott jemand da was jetzt? weiter hoch? ok ich hab jetzt diese ganze wo wir eben wo ich dich rüber geschickt habe ne ja 3 warte ich gletsche geh auf deine Seite und mach deinen scheiß Job 3 2 1 jetzt folgendes ähm nicht drunter springen wir brauchen die Kugel von unten kannst du ihn würfel ich erstmal mit rüber nehmen ah ok warte ich wozu außerdem guck mal über dich ah ne das ist das ist nur ein Würfelspot ok ich hab erstmal geguckt wo ich hin muss bevor ich einfach hier meinen Companion Kugel nehme so so der gewichtete Begleiter Kugel jetzt müssen wir aber wirklich und das meine ich jetzt bitte voll im Ernst bevor wir wieder alles neu machen können müssen wir quasi wieder nach ganz unten du musst hier runter kommen weil wir müssen die Kugel von da unten holen ok guck mal was ich hier habe können wir das irgendwie benutzen nein meinst du das Portal das hier warte die Fläche Moment also wir brauchen auf jeden Fall die Kugel von unten das sage ich jetzt zum zehnten Mal glaube ich ok aber wie kriegen wir die da raus ich bin mittlerweile hirntot also mach du einfach die Arbeit aber da vorne ist der Ausgang also sind wir fast am Ende das Mödebrück das Mödebrück warte mal da vorne ist doch ne Kugel oder wo guck mal da ist da vorne keine Kugel Moment was macht die Kugel da oben was ist das für ne Kugel da ist das wieder eine von meinen geglitschten Kugeln nein ich hoffe das soll sie sein was auf Teufel ist das da für ne Kugel was macht die Kugel da also wir brauchen doch nicht da unten warte wir sind fertig wir gehen jetzt wir hauen es ab 死 dun 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 alita ich schieb dich da runter oh yeah endlich das ist auch was von nach drei halb zehn Stunden aah man ok gh k Okay, jetzt sag zum Ende des Videos irgendwas inspirierendes. Wieso foodie-goop-foodfupf?